Sporthafen Kiel-Schilgsee, Liegeplatz 3, Aufstieg 1. 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 Sporthafen Kiel-Schilg 보이arks Kiel-Schilgsee, Liegeplatz 3, 앞-stieg 1. Ich glaube, unser Team ist ordentlich zusammengewachsen, auch was die Kommunikation untereinander angeht. Wir sind, glaube ich, offener geworden, können besser miteinander umgehen und haben einen riesen Schritt gemacht, was unsere Segelformance angeht. Also der heutige Tag, also mir persönlich, hat der unfassbar viel Spaß gemacht.